Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zurück zu Sherlock Holmes. Jetzt habe ich aber eine schlechte Nachricht. Der Kommentar, was ihr gerade hört von mir, der ist nachgesprochen, weil in der Testaufnahme ging mein Mikrofon. Und dann habe ich zwei Parts am Stück aufgenommen. Die letzten beiden Parts mit dem letzten, halt die Bewertung am Ende. Leider funktioniert mein Mikrofon dort nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Deswegen werde ich das jetzt hier im Nachhinein, nur den Anfang kommentieren, dann das Gameplay jetzt hier laufen lassen für euch, dass ihr euch das angucken könnt. Und ich denke mal, ich werde am Schluss, wo ich da ewig die Bewertung gemacht habe, und da stehe ich einfach nur rum und lobe mal hin und her und zeige euch da was, werde ich die Bewertung vielleicht noch in einem neuen Video machen. Dass ich den Schluss da sozusagen wegschneiden werde und in fünf bis zehn Minuten meine Meinung zu Sherlock Holmes sagen werde, im Nachhinein. Also, dass da noch ein Video kommt. Außer die B-N, die jetzt kommen. Das weiß ich noch nicht genau. Oder ich mache am nächsten Part, am Ende, wo die Bewertung ist, Quatsch, die Bewertung halt nochmal ein. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber jetzt eine ganze Stunde nachkommentieren, weil ich ja auch nicht mehr weiß, was ich an welchen Stellen gesagt habe, macht für mich keinen Sinn. Deswegen werde ich das jetzt einfach so für euch laufen lassen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Es tut mir aber echt leid, war nicht beabsichtigt. Wie gesagt, in der Testaufnahme war das Mikrofon an und da. Und in der richtigen Aufnahme war es dann nicht mehr da. Ich hätte es natürlich jetzt im Nachhinein nochmal spielen können, aber ich bin ja schon ein Stück weiter. Da hätten euch aber die Zusammenhänge gefehlt und dann wird nicht mehr Gameplay Review ungetestet, weil dann hätte ich es ja schon mal gespielt gehabt und das ist ja nicht so der Sinn davon. Das ist ja alles blind bei mir. Ja, deswegen werde ich das jetzt so lassen und halt den Part und den nächsten Part halt ohne Kommentare sprechen, praktisch hochladen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem etwas gefallen dran. Lasst doch einen kleinen Kommi da. Es tut mir wirklich leid. Und beim nächsten Spiel wird es definitiv besser. Bis dahin sehen wir uns am Anfang von Part 4. Nee, das ist Part 4. Part 5, glaube ich. Und ja, da sage ich denen nochmal, dass mein Mikrofon nicht geht für die Leute, die nur Part 5 gucken. Ja, bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. These are the suspects belongings. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 if needed Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in Norway, there is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. What am I doing here? Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. That's the one I need. This is the cruelest of the sea unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Log notes for August. These pages. This is the cruelest of the sea unicorn. This. This. This is the log notes for June. Log notes. Log notes for June. Log notes for July. Log notes for July. Log notes for August. These pages have been torn away. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the sea unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses. The sailors involved in this whale hunt campaign. Do you know what happened in August of 18? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Ich bin Sherlock Holmes. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich habe bereits gesagt, die Polizei, dass ich nichts zu sagen habe. Und du bist sogar nicht ein Teil der Polizei. Precisely. Und wenn du deine Situation hast, könnte es sein, zu sprechen mit jemandem, wie wir sagen, eher neutraler sind. Du bist ein Suspekt in einem Mörder-Case. Ich weiß. Inspektor Lestrade hat mir gesagt. Das ist schrecklich. Können Sie mir zumindest sagen, wer du bist? Und genau, was passiert, dass du hierher gehst? Mein Name ist Liam Hurtley. Das kann ich dir sagen. Aber du hast nichts mehr als das. Well, wir werden sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist alles für jetzt. Was mache ich hier? Ich habe nichts falsch gemacht. Vielen Dank. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie geht es die Analyse, Herr Ivers? Hast du noch eine Idee, wer der Verlager ist? Untertitelung des ZDF, 2020